Nahe der Seebrücke des Ostseebades Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst errichtet die Amex-Fevo-Bau GmbH eine hochwertige Ferienwohnanlage mit insgesamt 28 Apartments. Das Grundstück liegt nur ca. 100 Meter vom Strand entfernt, direkt hinter dem Deich. Der verantwortliche Projektentwickler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, im Bau und in der Vermietung von Wohn- und Ferienhäusern, speziell im Großraum Rostock. Die zwei bis drei Zimmer-Apartments entstehen auf dem Gelände eines ehemaligen Hotels in zwei dreigeschossigen Neubauten und einem Bestandsgebäude. Verkauft werden sie an Kapitalanleger, die von Renditen durch die Vermietung ihrer Immobilie als Ferienwohnung profitieren wollen. Zudem können die Käufer ihre Wohnung natürlich auch selbst nutzen. Die Apartments sind zwischen etwa 43 und 134 Quadratmeter groß und verfügen alle über Balkon, Terrasse oder Dachterrasse. Zu jeder Wohnung gehört mindestens ein Tiefgaragenstellplatz. Bustro liegt auf dem schmalsten Stück Land, der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst, zwischen Ostsee und Saaler Bodden. Die nächst größere Stadt ist das ca. 40 Kilometer entfernte Rostock. Die Fahrzeit nach Hamburg beträgt mit dem Auto ca. zweieinhalb Stunden. Charakteristisch für das Ostseebad sind die in Ziegelbauweise errichteten Wustroer Fischer- und Kapitänshäuser. Zudem ist der Ort für seinen kilometerlangen Sandstrand und die weitläufige Dünenlandschaft mit Küstenschutzwäldern bekannt. Zahlreiche Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen, Golf- und Tennisplätze, ein gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz, Segel- und Surfschulen, beste Angelmöglichkeiten sowie ein umfangreiches Veranstaltungsangebot sorgen dafür, dass ein Aktiv- oder Erholungsurlaub in Wustro zu jeder Jahreszeit möglich ist. Mein Name ist Walter Schirra. Ich bin Geschäftsführer in der Gesellschaft der Amex-Febo-Bau GmbH und beschäftige mich seit ca. 25 Jahren im Großraum Rostock mit der Erstellung, Errichtung von Einfamilienhäusern, Ferienhäusern, Eigentumswohnungen, Reihenhausanlagen. Und werde jetzt auf dem Fischland Dars in dem wunderschönen Ostseebad Wustro eine Ferienanlage errichten, ein Fünf-Sterne-Haus. Die Wertsteigerung in Wustro ist überdimensional gut. Wir werden mit großer Sicherheit in aller Kürze diese 28 Wohnungen veräußert haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017